hallo hallo herzlich willkommen zum neuen ford my job heute schauen wir wieder gemeinsam was für neues in den shop gekommen ist und wir haben heute ein neues paket nämlich der orden da haben wir den die letzte fehlende schwester gucken uns gleich mal an hier der skin hat wahrscheinlich verschiedene stile jahre mit helm aus und helm an und der helm hat dann vier verschiedene varianten radarsperien verhörleiterin da gucken uns das backbling an und dann gibt es noch das buschmesser des ordens okay und dann gibt es noch dass der ladebildschirm nice okay gehört auf jeden fall in die sammlung gefällt mir machen wir weiter hier mit dem chicken checker der ist zurück nach 38 tagen hat hier auch noch den zweiten stil also genau andersrum in weiß und den anders in schwarz dann haben wir die coole keule auch dies nach 38 tagen zurück dann haben wir joy zurück nach 32 tagen geht auch verschiedene stile einmal hier somit lila flammen sage ich mal rollschuh nadel die rollschuhadel okay dazu müssen im ort und natürlich der ladebildschirm gucken uns auch an party so dann gucken wir weiter dann haben wir hier den toten schützen der ist zurück nach auch 32 tagen mit und ohne hut gibt es denn hier und dann einmal mit dem zweiter blick als weg bringen dazu gibt es dann die spektralfense da gibt es eine lackierung quelle des todes finde ich auch nice dann gucken wir in der nächsten zeile da haben wir immer noch das flugzeug dann haben wir die spä-veteranin dies nach 30 tagen zurück es ebenfalls nach 30 tagen bären umarmung nach 40 tagen remix nach 29 tagen seestock nach 29 tagen dann gucken wir in der nächsten zeile das war schon okay überschaubar heute dann haben wir hier die ganzen alten sachen noch wie gesagt robocop ist noch dabei die ganzen ikonenskins sind noch da und lass mich raten und ist dann auch noch master chief und star wars genau wie gehabt ja das war's dann heute mit dem schnellen kurzen shop mahalo bis zum nächsten mal schönen sonntag ciao euer sam